Die haben eine Mafia, die logischerweise anders ist wie die unsere. Wir haben auch eine Mafia. Und ich habe ja mal gesagt, da war ich dann auch ein bisschen schlecht angesehen, als ich gesagt habe, was unterscheidet die sizilianische Mafia von der bayerischen Mafia. Ja, dass ich sage, die in Sizilien haben einen Ehrenkodex. Vielen Dank.